Whisky.de Treffpunkt Feiner Geister Herzlich Willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt Feiner Geister. Heute sprechen wir über den Abelauer Abunat. Dies heißt auf Gaelisch das Original. Und es soll an den Original Whisky von der Brennerei Abelauer erinnern, wie er vor über 100 Jahren genossen wurde. Und zwar in Fassstärke und vergleichsweise jung. Der Abelauer Abunat hat eine Besonderheit. Und zwar wird eher Fassreihen abgefüllt. Und zwar nicht jetzt jedes Fass einzeln. Sondern es werden immer Fässer in ein solches Batch, eine Charge, zusammengemischt. Und die wird dann gemeinsam abgefüllt. Und was nach dieser Mischung an Alkoholstärke herauskommt, das wird dann auf dem Etikett vermerkt. Und dazu noch die Batchnummer. Und so weiß man, aus was für einem Batch man einen hatte. Und wenn man Glück hat und sich beeilt mit seiner Flasche, dann hat man auch die Chance, noch eine zweite aus diesem identischen Batch zu bekommen. Denn jedes Jahr ungefähr kommt ein neues Batch raus. Naja, sagen wir mal zweimal pro Jahr ist eigentlich eher wahrscheinlich. Im Jahr 2010 wechselte das Design der Flasche. Und zwar hatten wir früher eine so alte grüne, eckige Schachtel. Und dazu diese bauchige Flasche, die dann später für alle Abelauer, Abelauer aller reiferen, wertvolleren Abelauer eingeführt wurde. Und im Jahr 2010 wechselte man jetzt zwar nicht die Flasche, aber doch das Etikett. Und ist jetzt von einem Grün auf ein mehr gerstenfarbenes, mehr braunes, mehr eine weichere Farbe übergegangen. Und auch das Etikett bekam jetzt ein anderes Design. Dennoch, der Whisky wird nach dem gleichen Verfahren wie bisher gute ausgewählte Fässer, vergleichsweise jung, alter, 8 bis 10 Jahre, ausgewählt, miteinander vermischt und dann zur Abfüllung gebracht. Probieren werde ich heute das Batch Nummer 19. Das ist vergleichsweise alt. Denn der Wechsel fand unmittelbar von der Nummer 31, die noch alt war, auf die Nummer 32, die jetzt neu ist, statt. Und dieser Whisky wurde nun mit 59,9% abgefüllt. Und der Batch 32 mit 60,4%. Das zeugt schon davon, dass dieser Single Malt Whisky vergleichsweise jung ist. Denn fast alle Brennereien füllen mit 63,5% ihren Roh-Whisky in die Fässer ab. Und wenn man pro Jahr den Verlust an Alkoholstärke mit in Betracht zieht, dann können hier nicht 15 oder 20 Jahre vergangen sein, sondern dieser Whisky wurde deutlich früher abgefüllt. So, hier also nun in Alpen. Und da diese Flasche, auch das Batch 32, wenn Sie dieses Video in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren sehen, das Internet vergisst nichts, vielleicht sehen Sie dieses Video dann auch erst in 10 Jahren, ist dieser Batch Nummer 19 genauso Schnee von gestern wie das Batch 32. Deswegen werde ich jetzt nicht so ganz auf die extremen Details im Geschmack eingehen, sondern Ihnen versuchen, mehr den groben Geschmack zu erklären. Oh, ich liebe dieses Blob und diese dickwandigen, großen Flaschen. Das macht eine sehr wertige Aufmachung. Die Flasche ist auch vergleichsweise schwer, auch jetzt, wo sie fast leer ist. Und wenn Sie sich die Flasche anschauen, so stimmt der Farbton von beiden Flaschen, auch wenn diese deutlich weniger noch gefüllt ist, relativ gut überein. Es handelt sich also um First Fill Oloroso Sherry Fesse, die hier im Laufe von 8 bis 10 Jahren wirklich wunderbar starke, dunkle Farbe abgegeben haben. Dazu kommt die Fassstärke, ist also nicht mit Wasser verdünnt. Das macht den Whisky noch mal dunkler. In der Nase ist sofort natürlich ein deutlicher Alkoholanteil. 60% sind 60%. Zu spüren und daran muss ich die Nase jetzt erst mal gewöhnen. Ich persönlich probiere keinen Single Malt mit mehr als 50%. Ich werde also nachher vor dem Probieren den Whisky mit stillem Wasser etwas runter verdünnen. Denn Alkohol ist in einer hohen Konzentration ein Nervengift und das würde mir die Geschmacksschnospen in den Mund doch so weit belegen, dass sie die feinen Aromen nachher nicht mehr schmecken würde. Ja, hinter dem Alkohol spürt man jetzt eine leichte Rauchigkeit. Nicht sehr stark, aber mehr als nichts. sehr, sehr aromatisch. Äpfel, Birnen, frische Früchte im Gegensatz zu einem alten Single Malt, der dann mehr auf dunkle Früchte umkippt, hat man hier also mehr frische, hellere Früchte. Ja, und der Alkohol, der ist mir jetzt zu stark. Ich werde hier ein bisschen stilles Wasser zugeben, um diesen Alkohol ein bisschen in den Hintergrund zu drängen. Das Besondere, was passiert, wenn man Wasser zugibt, es werden weitere Aromen frei, die vorher unterdrückt wurden. Und in diesem Fall ist das sehr, sehr viel Sherry. Die Früchte werden deutlicher, der Alkohol geht tatsächlich schön zurück. Und jetzt werden auch die Äpfel werden. Werden deutlicher. Ich hatte jetzt so eine Assoziation von diesen grünen Granny Smith Äpfeln. Wenn man diesen Whisky sehr lange stehen lässt, und ich habe das mal gemacht, ich habe den mal ungefähr auf 40 Prozent runter verdünnt, habe den sehr lange stehen lassen, und dann kam dabei ein ganz normaler 10-jähriger Abelauer heraus, wie wir ihn aus der Standardabfüllung vom Dauertiefpreis kennen. Und dieser Whisky lebt also von der Dynamik. Der lebt davon, dass man in der Verdünnung einen Zusatz an Aromen bekommt, der dann nach einer gewissen Zeit wieder verfliegt. So nach 10 Minuten ist die Sache dann zu Ende. Und bis dahin steigen also nur besonders viele aromatische Stoffe auf. Und damit ist dieser Whisky eigentlich mehr was zum Schnüffeln, zum Verdünnen, zum Schnüffeln. Und dann irgendwann muss man sich beeilen, bevor diese kräftigen Aromen verschwinden, dass man ihn dann auch probiert. Ölig, sahnig, Sirup, unheimliche Süße macht sich breit, die im Aroma so als gar nicht feststellbar war. Also unheimlich süß, regt den Speichelfluss an. Und am Ende hinten kommt ein bisschen Schokolade. Süße Schokolade. Und neben dem frischen Obst kommt jetzt auch eine leichte Zitrusfruchtnote. Und mit dem hohen Alkoholgall, ich habe ihn jetzt vielleicht so auf knapp unter 50% runterverdünnt, ist der Abgang auch sehr, sehr lang. Der Alkohol zusammen mit dem Sherry-Aroma legt sich auf die Zunge, legt sich auf die Zungenspitze, auf den Gaumen. Und Sie haben sehr lange was vor diesem Single Malt. Auf jeden Fall als Single Malt zum Experimentieren. Und wenn Sie diesen Single Malt in irgendeinem Badge schon erlebt haben, es lohnt sich auch mal andere Badges zu probieren. Und wir versuchen bei uns im Internet-Shop die Badge immer sauber mit anzugeben. Hin und wieder kommt es zu Überschneidungen. Wenn Sie also ganz besonders Wert auf einen speziellen Badge haben, dann schreiben Sie das bei Ihrem Internet-Bestellformular bei den Bemerkungen mit dazu. Wir tun unser Möglichstes, diesen Badge dann tatsächlich zu liefern. Machen Sie sich nicht zu viele Hoffnungen. Die rückwärtigen Badges sind meistens vergriffen. Wir können nur zwischen ein, zwei Badges variieren. Aber wir tun, was wir können. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank.